Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Faro-Schule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal das Tool über Suggest vorstellen, was kostenfrei zur Verfügung steht und ähnlich funktioniert wie Google Suggest, wenn Sie also bei Google in den Suchschlitz einen Begriff eingeben und er Ihnen weitere Begriffe vorschlägt. Tun wir das einmal hier und bleiben bei unserem Beispiel Rasenmäher. Dann erhalten wir auf der Suchergebnisseite bis zu 360 Keywords in diesem Fall und sehen hier eben die unterschiedlichen Vorschläge, die hierzu gemacht werden in alphabetischer Reihenfolge. Das Schöne ist, dass hier jetzt einzelne Suchbegriffe markiert werden können, die als potenziell geeignet erscheinen und man kann sie sich hier eben entsprechend anschauen, anzeigen lassen in Keywords Selected und man kann eben dann auch weitere Keywords hier eingeben. Er bekommt eine weitere Ergebnisseite und kann dann auch wieder ausgehend von diesem neuen Suchbegriff weitere Keywords auswählen und diese werden dann auch hier zusätzlich angezeigt und man kann sie sich dann als Liste anzeigen lassen und diese hinaus kopieren aus dem Tool oder entsprechend das Ganze abspeichern, sodass Sie eben die Möglichkeit haben, hier auch mehrere Suchbegriffe hintereinander einzugeben und sich eine eigene Liste zu erstellen, die Sie dann entsprechend exportieren können. Hinzu kommt, dass Sie, und das ist ein spielerisches Tool, hier eine Word Cloud erstellen können, sodass Sie eben die wichtigsten Keywords für Ihren Suchbegriff dann auch nochmal in einer Word Cloud vorhanden haben.